Ja, einen wunderschönen guten Abend und Willkommen zu den Retro-Archivments in Super Mario Sunshine. Wir fangen direkt mit dem Hass-Archivment an. Also, wir müssen jetzt mit Yoshi zu diesem Sprite vorne rechts, also unterbrechen, äh, da oben hin, zu dem Schein-Sprite, ohne diese Metall-Plattform. Oh, ich darf da hinten auch nicht das Gras berühren oder so. Okay, ich hab direkt ne Durian, das ist schon mal gut. Dann kommen die Durian so schnell. Warum, ey, ich versteh schon wieder nicht, warum die mancher so blöd kicken und dann wieder nicht. So, ich probier jetzt das aus. Wenn das nicht klappen sollte, ist Beat übrigens. Transchuld, der hat mich vorhin auf ne Idee gebracht, beziehungsweise hat mir ne Idee gestreut. Was für ein Anime hast du angefangen? So, ich platziere die jetzt hier. Nehmen wir erstmal den lila Yoshi. Spike's Family. Jetzt nehmen wir die hier. So. Komm. Ja. Nein, ich hab die Blattfahrt verpasst. So, wie du siehst, der kleine blöde Saviour. Aber was ist das heiße Schmerz? Du riechst von Angst. Ich bin froh, dass ich elektronische Impression sehe. Beatdown-TV-Supportet schon 36 Monate mit einem Tier, einem Supp. Und nun erfahren sie, wie viele Yoshis heute ertrinken werden. Genau das. Beat, ich danke dir für 36 Monate Support. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich hab die Bananen vielleicht ein bisschen Glück positioniert. Vor allem die jetzt ist weg. Nein. Boah. Grüne Faserumwandlung. Boah, jetzt spiel ich über das Ding. Boah. Wenn ich das echt irgendwann hab mit, äh, dass ich mir das Haus und so hol. Ich hab schon gesagt, ich muss dann gucken, dass ich irgendwie in ne... Zumindest für den Arbeitsraum... Zumindest für den Arbeitsraum... Zumindest für den Arbeitsraum... Okay. Ich hab schon gesagt, ich hab dich auf den Arbeitsraum... Okay. Okay. Yes. Yes, ich hab's. Das war echt easy Beat. Props an dich Beat, da hast du recht gehabt diesmal. Easy peasy. Das war echt gut.